Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um die nächste Vorbildaufgabe, das wäre die Nummer 29 und die heißt hier zu finden unter dem Baum in der Hütte von Oberknacker. Hier müsst ihr auf jeden Fall unter einem Baum dann dieses Vorbildstück einsammeln und wo das Ganze liegen wird, zeige ich euch jetzt mal direkt in einer Runde. So, für die Aufgabe Nummer 29 müssen wir auf jeden Fall ins Wintergebiet gehen und zwar müssen wir zu diesem kleinen abgestandenen Haus hier gehen, was gerade vor mir ist, da müssen wir einmal ganz kurz landen, denn dort ist so ein Baum drinne und das hier ist dann auf jeden Fall hier die Hütte von Oberknacker und hier müssen wir einmal ganz kurz reinrennen, deswegen kurz hier landen, die Tür aufmachen und dann ab hier hinten zum Weihnachtsbaum. Hier sehen wir schon, hier ist das Vorbildstück Nummer 29, das können wir hier auf jeden Fall einsammeln, direkt neben dem Baum. Auf der Karte wäre das genau im Wintergebiet, hier unten links an der Stelle bei diesem kleinen Haus. Hier müsst ihr ganz kurz hingehen, holt euch ein Stück hier, ist mega einfach diesmal und das war es auch schon mit der ganz kurzen Aufgabe hier. So, das war es ja auch schon mit dem neuesten Vorbildstück von heute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ganz kurz den Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video, bis dann und ciao.